Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Herr Cess, ihr seht die Brillers auf, als wisst ihr, jetzt kommt eines von diesen ganz, ganz guten Videos und lasst uns mal darüber reden, was in der nächsten Season so richtig OP, OP wird von den Klassen, von den Bills her, die Sachen, die den BDR dominiert haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir haben nicht nur jede Klasse gespielt, sondern wir haben natürlich auch das Gruppenspiel ein bisschen getestet, wie ihr es auch im Hintergrund seht, wir haben auch diverse Uber-Uber-Bosse beschwört, also es gibt die Möglichkeit, mit dem nächsten, Patch hier durch die Pit, dort Materialien zu sammeln und dann einfach noch stärkere Versionen der Uber-Bosse zu machen, also es gibt viel zu sehen, holt euch einen Kaffee, wir starten direkt los und für alle, die es noch nicht getan haben, vergesst uns auf jeden Fall nicht mal den Kanal zu abonnieren, damit ja die wunderbaren Diablo-Videos nicht weg sind und es gibt unterhalb des Videos zwei wichtige Folgevideos verlinkt, das ist einmal das Loot 2.0 System, was auch dazu führt, dass wir jetzt da stehen, wo wir aktuell stehen und natürlich das Crafting, was auch dazu führt, dass wir da jetzt stehen, wo wir halt stehen, also dass wir nichts sehen, weil die Barbaren einfach mit ihren Dust Devils hier den ganzen Bildschirm zu pflastern oder auch diverse andere Geschichten. Fangen wir mal ganz von vorne an, es gibt diverse neue Skillungen, es gibt wieder neue Uniques, neue Aspekte, geänderte An- oder Anpassungen und das ermöglicht es natürlich auch hier ein paar Sachen neu zu testen, finde ich sehr gut. Ich habe zum Beispiel so ein Barbar-Minion-Bild gemacht, es gibt auch wieder den alten Wirbelwind, der kommt wieder zurück, zwar ein bisschen anders, als man es das vielleicht gewohnt war von dem Barbar, aber wie gesagt, der Minion-Bild, ich hoffe, dass der noch ein bisschen gepatcht wird, da entgeht euch nichts, weil damit metzelt ihr einfach alles weg und das Ganze auch in der Pit. Ich muss noch ganz kurz was dazu sagen, es gibt das Problem, dass die Pit so ähnlich funktioniert wie damals dir das Schlachthaus, das heißt, ab einer gewissen Stufe sind es nur mehr diese One-Shot-Mechaniken, das heißt also, die Klassen, mach genügend Schaden, bevor der Gegner dir Schaden gibt, weil sonst bist du einfach tot, das heißt also, diese ganzen Pit 200, was ja laut Blizzard eigentlich gar nicht erreicht werden sollte oder gar nicht erreichbar ist, wurde natürlich von diversen Spielern, Rob Basconator, ihr seht es auch, die sind auch unterhalb verlinkt, lasst ihnen gerne ein Follow da, wurde natürlich das ganze Outplayed in den ersten zwei Tagen, weil nämlich die DPS-Skalierung, der ganze Scale von dem ganzen Diablo, es hat einen riesigen Schritt Richtung Diablo 3 gemacht. Also für alle von euch, die Diablo 3 kennen, wo die Zahlen einfach über den ganzen Bildschirm gehen, da hat sich jetzt auch Diablo 4 hinpositioniert und ich hoffe, das ist jetzt keine beliebte Meinung, aber ich hoffe, dass das so die richtigen Nerf-Keule drüber fährt, dass in der Pit 100 Schluss ist und dass man in der Gruppe oder mit einem sehr, sehr starken Solo-Charakter auf die Über-Über-Bosse, die da dann auch 5 Uniques, Plus-Troppen und so weiter, dass man auf die dann dementsprechend trefft, damit das auch härtere Kämpfe sind, weil der aktuelle Stand, wie es am PTR war, mit diesen 40 Seiten, von den Klassenänderungen mit den neuen Aspekten, da sind einfach Sachen dabei, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Also unter anderem auch hier zum Beispiel vom Zauberer, da gibt es ja auch diverse Skillungen, wenn so Frost-Ober-Bosse dann zum Beispiel angepasst haben, wo dann auch die ganze Fläche eingefroren wird, also da sind Sachen dabei, da kann man noch schmunzeln, weil es in der Testphase war, wenn das Ganze aber so live geht, dann lacht einfach keiner mehr, weil dann ist das ganze Game innerhalb von 24 Stunden broken, dann wurde alles gespielt, alles geklirrt und sonstiges. Also ich hoffe, auch in meinem Feedback-Formular steht das drin, dass hier auf jeden Fall sehr hoher Handlungsbedarf ist, mit der Empfehlung, die Season noch einmal zu verschieben, noch einen Testserver zu machen, weil ich sehe ein sehr, sehr hohes Fehlerpotenzial, da bin ich auch nicht der Einzige, also von dem Testing her, da muss auf jeden Fall noch richtig, richtig viel nachgeholt werden. Die gute Nachricht ist, von den Klassen her, also wenn wir mal diese ganzen Sachen wegnehmen, die garantiert so nicht sein sollten, dass ihr zum Beispiel hier mit der Negro so einen Dot stacken könnt und dann den World Boss in einer Sekunde tötet, oder aber wie der Druide, dass du praktisch so Schaden hoch in Wellen hochskaliert, dass du dann am Ende 400 Trillionen Damage machst oder so, das sollte alles nicht sein, es gibt auch normale Skillungen, es kommen auch neue Skillungen raus, vielleicht schon so ähnlich wie dieser Ninja DH im Hintergrund, was wir vielleicht aus Diablo 3 noch kennen, also es kommen auch lustige Skillungen dazu, es kommen auch starke Skillungen dazu, die aber nicht zu stark sind, sondern die auf jeden Fall noch in den dementsprechenden Wertebereich reinfallen, wo man sagen kann, hey, das ist lustig, das macht Spaß, die Skillung ist gut, wenn ich besseres Equipment finde oder mit dem Tampering mir noch die ein oder anderen Sachen drauf crafte, das sieht nach S-Tier oder S-Plus-Tier aus, wie man das immer so schön sagt, von den Meta- und den Tierstufen, jede Klasse, wenn man den ganzen overpowerten Stuff runternervt, hat jede Klasse, außer Barb, Klammer auf, Klammer zu, weil wenn sie beim Barbar die Dust Devils angeht, dann ist der Dad, dann wird es richtig schwierig, hat dann einen guten S-Plus-Tier-Build, wo man sagen kann, okay, den kann man spielen, der absolute Profiteur oder sage ich mal so, wenn man so einen Strich drunter macht und sagt, hey, welche Klasse gewinnt denn so richtig am Testserver, dann ist es auf jeden Fall der Totenbeschwerer. Ich weiß, es gibt viele Neko-Fans da draußen, ich weiß, Neko-Minion-Build ist mehr oder weniger der Shit und dadurch, dass jetzt ja nicht nur 100% von euren Werten, von euren Charakterwerten, auf den Neko übertragen werden, sondern auch noch diverse andere Anpassungen, nochmal das Buch der Toten überarbeitet, nochmal diverse Aspekte, geht so viel Damage auf die Minions, dass man echt in unterschiedlichen Variationen Minion-Build spielen kann, so wie man es vielleicht früher gewohnt ist mit dem Minion-AfK-Build, nach dem Motto, ey, ich stehe da, ich loote, ihr regelt das, die kleine Pet-Termee, dass das auf jeden Fall auch richtig viel Spaß macht und dann hat man noch so on-top, so einen DPS-Cooldown, dass man noch den Golan aktivieren kann, also ich selbst werde wahrscheinlich auch Neko in der nächsten Season spielen, das sagt eh schon alles, ich spiele immer gern die Sachen, die ein bisschen overpowered sind, aber nicht komplett broken, deswegen, der Minion-Build sieht für alle schon mal richtig, richtig gut aus und für alle, die Neko spielen möchten, könnt mir gerne in die Kommentare verraten, was denn euer Plan ist für Season 4, also ob ihr spielt und wenn ja, welche Klasse, Klammer auf, spielt bitte nicht Hardcore, Klammer zu, weil es nämlich am Test-Server gezeigt hat, dass sehr viele Sachen stark verpackt sind, es aber nicht alles behoben werden kann, werden die Hardcore-Charaktere wie die Fliegen fallen. Klammer auf, Klammer zu, wartet da vielleicht ein, zwei Wochen, bevor sie das Ganze ein bisschen nachgepatcht haben, weil sonst werdet ihr sehr viel Frust im Hardcore haben, speziell dadurch, dass sie das Elixier, diesen Todestrank, entfernt haben und du jetzt gar keine Art mehr vom Napp-Talent hast und dich teilweise, so wie es bei mir war mit der überarbeiteten Helltheit, der Höllenflut, wo ich mit meinem OP-Level-Pit-100-Charakter einfach gewonshottet werde und ich weiß nicht warum. Ja, da reden wir von einem Barbar mit 40.000, 50.000 Leben mit dem Elixier, 30.000 Rüstung und du läufst so über die Fläche vom Helltheit und zack, bist tot. Und da denkst du so, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, also kleiner Tipp, bei Hardcore bitte aufpassen, das sieht auf jeden Fall ein bisschen schwierig aus. So, kommen wir mal wieder zurück. Also von der Klassenbalance her, Negro ganz, ganz oben, was einfach hier die Möglichkeit war, dich gefolgt dann von Mage, ich weiß nicht warum Mage immer so OP sein muss, aber Mage wird auf jeden Fall diese dauerhafte Unverwundbarkeitsskillung oder nahezu Unverwundbarkeitsskillung, wo du Flameshield hochbuffst, das wird hoffentlich noch genervt, weil es ist immer ein bisschen schwierig, wenn eine Klasse unverwundbar ist, hatten wir damals auch mit den Amulett schon gesehen und dann geht es glaube ich hier so weiter, dann kommt mal so der Barbar, also beim Barbar hängt alles an diesen Dust Devils, wenn Blizzard die angreift und die ändert, dann kann der Barbar echt von S-Tier ganz abstürzen, weil Hotabab wird pervers genervt, muss man ganz klar sagen, auch der Chargebab, also da sind sie richtig drüber gefahren, mit im Sinne auch von dem ganzen Overpowered Stuff, also da hat es richtig harte Nerfkeule getroffen, beim Druiden, der sieht so halb gut aus, da hängt es jetzt davon ab, ob die gebackten Sachen rauskommen, ob die anderen Sachen noch mehr oder weniger stark genug sind und beim Schurken, der hat meiner Meinung nach overall am allerwenigsten Liebe bekommen, also da würde ich mir vielleicht noch ein, zwei Anpassungen wünschen, bevor das Ganze dann auch effektiv live geht, da habe ich so zwei Skillungen gesehen, Klammer auf, umgepackt, Klammer zu, wo man sagen kann, okay, das sieht gut aus, das hätte Potenzial auch in der Pit, weil man muss jetzt ja davon ausgehen, wir reden ja nicht nur von den Speedfarm-Varianten, da kann man ja ein, zwei Builds machen, sondern wir reden ja auch wirklich davon, kann der in der Pit auf Stufe X kommen, ja oder nein, und wie sieht das Ganze mit den Skalierungsfaktoren aus, also so würde ich das mal machen, Totenbeschwörer, unumstritten, Platz 1, basierend auf den ganzen Änderungen, knackig gefolgt von Zauberer, ich hoffe, dass der Unverwundbarkeitsbild dann rausgeht, Druide und Barbar, je nachdem, also Barbar könnte ja auch noch auf den Platz 2 rutschen, das hängt alles an diesen Dust Devils, ob das mit dem Wirbeln genervt wird oder nicht, und dann mein persönliches Schlusslicht, ist einfach aktuell der Schurke, weil da mehr oder weniger am wenigsten passiert ist, also wenn ihr selbst ein persönliches Ranking habt, eure Erfahrung auch gerne in den Kommentaren, es haben sehr, sehr viele Leute Testserver gespielt, mehr als am Live-Server, deswegen kam es auch zu Cues und zu diversen Lags, also das sieht gut aus, Fazit am Ende ist, es geht in die richtige Richtung, es ist super viel Arbeit, und ich hoffe, es wird jetzt nicht überstürzt, weil ich glaube, die Community hat mal so eine richtig, richtig geile Diablo 4 Season verdient, wo von Tag 1 an alles funktioniert, und nicht am dritten oder vierten Tag angefangen, werden muss, Content zu deaktivieren, weil es zu stark verpackt ist. Das sind die Hoffnungen, so sieht es aus, checkt die Videos unterhalb, vor allem Loot 2.0, ganz, ganz wichtig, damit ihr dann wisst, wie ihr die neuesten und besten Items finden könnt. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, drückt mir noch einen Daumen rauf, für den Algorithmus, und ich wünsche euch wie immer, viel Glück, viel Spaß, und bis zum nächsten Mal.